Okay, zurück kannst du ja fahren, hm? Hey, wen haben wir denn da? Berger! Na, du schleimiger Parasit? Na, Müller, alter Flachwichser. Uta, hi. Anna. Mensch, toller Wagen. Dein BMW? Boah, der sieht ja scheiße aus. Nicht halb so scheiße wie dein Benz. Ja, du, ganz neu. Wir haben heute zum ersten Mal eine Spritze aufs Land damit gemacht. Du, nix gegen mein Benz, du rektal gestörter Bettnäßer. Ja, das hätte deine Mutter lange auf der Straße gestanden. Ich hätte doch nicht mal meine Großmutter herangelassen, so scheiße wie du aussiehst. Echt? Du siehst aber auch total gut aus. Danke. Aber sag mal, wie geht's dir denn? Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Tja, Berger, du stinkst hier faul rum und lässt es dir gut gehen. Und andere Leute müssen arbeiten für ihr Geld. Musst du grad sagen. Ihr müsst uns unbedingt mal in unserer neuen Wohnung besuchen. Da können wir mal in Ruhe quatschen, ne? Zu euch? Ja, du, total gerne. Super, ich freu mich. Tschüss. Also, fahre nicht gegen den Baum, du Wichser. Ich kratze hier runter, hm? Das ist ein toller Hecht, der Berger. Und die Uta ist auch eine ganz nette. Ich wusste gar nicht, dass ihr befreundet seid miteinander. Befreundet? Mit der falschen Schlange? Du musst ja nirgends dir dummes Schandmaul stopfen. Affektiert das Miststück, echt.